Hallo YouTube, willkommen zurück zu It Takes Two. Wir gucken jetzt mal nach diesem verstörenden Weg hierher durch den Tausendfüßler, was hinter diesen Zapfen ist. Ist doch ein Zapfen, oder? Ja. Gut, dann let's go. Okay, also wir dürfen nicht durch diese rosa Dinger. Oh Gott, wir haben ein Lautstärkemesser. Diese rosa Dinger. Warte, warte, warte. Oh, wie süß. Die sind goldig, ne? Wir sind gespringen. Du hast mit der Sichel was getan. Ich hab den falschen Knopf getroffen. Jahr lang, oder? Ja, verdammt, wir müssen durch. Okay, wir warten, bis das Parometer unten ist. Okay, weiter. Äh? Ich wollte es so spannend machen. Ja, das hat geklappt. Ich dachte schon, jetzt ist es vorbei. Hei, 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 hei. Und ich bin werfen. Äh? Oh, wir machen wir? Hahaha. Oh, mein Herz ist racy. Ja. Ja. Hey Cody. Ich bin glade, du bist wieder Bessdenfüßler. Ich bin glade, du bist wieder氣. Ich bin wirklich, ich bin glade, du bist wieder." Ich bin glade, du bist wiederé. Jetzt werde ich eine Wolke los. Wahrscheinlich. Du musst auf mir bleiben, oder? Ja, pack besser die Sichel weg. Es ist gar nicht so leid. Warte, warte, ich bin mit der Sichel weg. Und jetzt? Muss ich hier drunter durch? Ja, anscheinend. Okay, warte. Okay, wir gehen jetzt hier gerade durch zwischen denen. So schnell, warte. Okay. Ey, das ist so gut gemacht. Mobi. Mobi. Gesundheit. Nicht angerotzt. Dahinter, glaube ich. Warte, warte, warte. Blö? Äh? Oh Gott, mach aber nicht so laut, Pflanze. Wie viel gibt's denn hier? Ich bin da aber so süß. Aber wo müssen wir denn lang? Um die Ecke. Okay, es speichert. Sonst gleich was passieren, gehe ich schon aus. Äh. Toll. Ein Saftsack. Geh' los. Weil der sich wieder rumdreht. Ähm. Ich glaube, ich muss hochspringen, ne? Ja, wahrscheinlich. Warte, warte, warte. Obwohl, es ist zu weit auseinander, oder? Ja, ist es nicht. Ja, ist es. Aber wie? Wie? Ah, warte, da oben. Oh oh. Nee, ich muss da hoch. Warte mal. Oh, komm. Warte mal, wir gehen zurück zu dem Pilz. Ah ja, Pilz. Hä? Ach so. Warte. Ja. Okay, ja, warte. Oh, okay. Pssst. Pssst. Toll. Und jetzt? Was jetzt? Ah, ich hab' ein Seil. Drüber schwingen. Du musst hinter die Maulwürfe. Nein, ich muss einfach durch. Du musst durch und ich muss hinter dir landen. Okay. Du musst gucken, wo ich angeflogen bin. Ja, bleib so, ja. Ich kann mit der Kamera nicht höher gucken. Ich weiß nicht, wo du landest. Ja, bleib. Ja, du guckst einfach. Easy. Jetzt sind voll die Pros. Okay. Ich war immer schon krass. Ich hab' Übung. Du bist als... Du bist quasi... Pro-Kras. Pro-Kras. Du bist das Pro-Kras schlechthin. Alter. Ich dachte, wir sind mal so langsam durch. Naja. Vorsicht. Vorsicht. Oh, hier ist aber ein Diggi. Oh Gott. Da... Wie kommen wir denn an dem? Okay. Wir müssen uns mal hin. Ah, wir müssen schnell vorbei, wenn der hoch geht. Okay. Warte, 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 warte. Okay. Okay, los. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Uh, holy. Ich bin halt schneller als du. Das ist doof. Ja, es ist... Ich werde halt auch nicht zu schnell laufen, weil wenn ich von weg renne... Also, ne? Ja. Passiert nämlich das. Okay, ich glaube, wir sind am Safe-Spot hier. Oh, mein Regenwurm. Okay, wir müssen... Ja, draufhauen. Kaputt schlagen. Das können wir am besten... Ja, ja. Ja. Das Ding hat mich erschlagen. Also... Hat die... Hat das Ding mich ernsthaft erschlagen? Ja. Okay, also muss ich ein bisschen von der Seite ran. Einfach meinen Arm, Cody, erschlagen. Junge. Blödsinn. Vieh. Äh. Nein. Das ist ein Marwulf-Tunnel. Jump'n'Run. Ja. Oh nein, nicht so rum. Oh, nicht so. Okay, ja, ich bin in die falsche Richtung ran. Ich hasse solch in die Richtung rennen, Dinger. Mag das auch überhaupt nicht. Sie halt nicht. Geh' doch die Kamera nicht, du... Oh Gott. Oh, yo, Junge. Was? Ja, nee, ist klar. Krass, das ist voll gemein. Ich hab voll den längeren Weg gehabt. Weil das ja aber zu lange rennen kann. Wie May übelst du nach vorne rennt und er so hinterher... Kommt nach oben. Mein Controller, der vibriert die ganze Zeit. Das ist total verwirrend. Nervig, panisch. Ich bin nur zweimal gestorben. Jetzt spüre ich meine Hand nicht mehr durch die Vibration. Holy, ey. Was bist du für ein Glühwärmchen? Was machst du hier? Äh... Das ist ein Trampolin! Wir müssen selber schon springen. aden. Hast du das grad nicht gearauft? Ich hab' dir grad nicht gebraucht. Ja, Dedys! Dammit! Ruuun! Oh, nein. Geht die gar nicht weiter! Oha! Oh, Oh, Oh! Oh, kommt der da her? Oh, Komm! Oh, Komm! Hallo, Gattenzwerg. Holy! Was? Ich bin zu langsam. Was ist hier für Geld? Was ist ein vergrabener Piraten, Schatz? Äh, nee, 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 runter. Oh, verdammt, verdammt! Oh, das musste so knapp sein. Ja. Natürlich sind hier noch mehr. Oh, die sind echt süß, ne? Dafür, dass die auch schlecht sehen, wissen die ziemlich gut, wo wir sind. Holy moly, ey. Oh, hi. Yo, Chief, where to, huh? Excuse me? Well, you're blind? Read the sign. Oh, great. Um, we're going to the greenhouse. Nah, we don't go there. Bad neighborhood, huh? Ah, they have no culture. Yeah, that purple crap has destroyed everything. Farthest we go is the garden fountain. How much? Fist price up Francis. Wie lang they eat? You got yourself a deal. Ah, ah. Ah, ah. Okay, there you go. Oh, God, that is disgusting. Hey, hold it, big boy. My back is killing me today. Hey, you take the fat one. Hey, I'm right here. Used to do yoga, like me. Dumbbell frog. Come on, little clay boy. Nothing from you. Nothing from you. Hey, wooden doll. Over here. Hop on. He's so süß. Oh, sorry. Ah, ah. Namaste. Wow. Okay, da muss man sich das ver... Oh. Dran hier. Wäääh. Wir haben auch keinen Doppelsprung mehr. Also, nee. Oh, das ist ein Froschbutter. Oh, ein Froschbutter. Ja. War das irgendwas drin? Nee. Kommt man gar nicht rein. Wir müssen jeder auf eins, oder? Hm. Okay, doch keine Waage. No. Okay. Weết. Oh, ich bin... Oh nein, gesprungen. Da. Oh, das erinnert mich an dieses Froschspiel, mit dem man, wo man die Straße überqueren muss. Aber nicht vom Auto überfahren werden darf, das ist irgendwie... So ähnlich, ne? Ja. Äh. 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 Stimmt, ich bin... Dass du da hin solltest. Okay. Upsi. Du musst nochmal sauber machen. Hä, aber wo soll ich denn dann dort oben hin? Ich wech zu mir runter mit. So, warte. Ah, warte, hier ist... Ach so, dort hoch, jetzt seh ich's. Hä? Äh, warte. Das Ding ist halt, ich hab keine Ahnung, wie ich da kommen soll. Warte, ich hab hier... Ah, okay. Ah, warte. Oh, you can get off now. Oh! That's it? Ah, you're heavy. Get off now. Okay, okay. Ich hab ein richtiges Gestanden. Welcome. Nice Job. Thank you, Frog. Vom Concrete-Genie hat's ja auch was, ne? Wir zerstören die dunkle Macht. Kann ich nur auf... Ich kann auch nur auf das. Äh. Äh. Wuhu. Okay, sie gehen weg. Weil wir Blumen machen. Wahrscheinlich. Weil wir Blumen machen. Ja, Tina. Das ist eine super... Schöne Aussage. Das ist amazing. Okay. Gibt's hier nochmal ein Spa? Ich guck mal, ob hier was... Hier ist ein Minispiel. Zielen und zusammendrücken? Was war das jetzt? Mhm. Ah. Das ist gemein. Ey. Aua. Die ist manchmal... Schwierig. Das ist teilweise blöd, wenn du aneckst. Und dann kommst du... Rennst du gegen das andere... Gegen dieses Drehding da und... Okay. Das beste Spiel ist immer noch Hau den Cody. Ja. Ich muss ihn wieder gießen. Ja. Oh, dann bin ich ein Flummi. Oh, ich kann Hüpfer aufladen. Dann kann ich nicht rüberschießen. Aber wohin? Über den Zaun, oder? Okay, na dann mach mal. Okay. Äh, ja. Ich muss hier drei... Ah, dann kann ich hier hoch. Oh Gott. Ah, die gehen wieder leer. Ja. Oh Gott. Oh, jetzt brauche ich Rosa. Oh. Oh nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Äh, der braucht Gelb nochmal. Warte, warte. Ich muss mich mal gucken, dass ich mich umgestellt kann, dass ich die alle... ich muss wieder zu gelb alles alles gut ich hab's auch gelb rosa gelb auf jeden fall so danach noch mal rosa am blau dann wieder rosa dann gelb rosa blau gut ich bin oben wie komme ich denn jetzt aber ganz hoch ja all right you made it nice jumping strong watering arm there as well oh no it really is everywhere that was so close now hang on joy we're almost there da das große geradezu hinter dem klein das soll der joy hat doch aber war doch eine blume oder kannst du hier irgendwas machen hier hinten glaube ich sauber ich habe es halt kommt das zeug wieder ja 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 Okay, wir können mit durch die Wiese. Aua! Ich bin extrem gerne hier. Jaaa, ich kann break through jetzt. Hallo? Schleppt das die denn halt einfach nicht? Jetzt. Jetzt. So, jetzt schnell das Ding hier. Okay. Ah, jetzt kommen wir hier an die Seite. Oh! Genau, ich brauche dich glaube ich mit hier. Du machst sauber. Dann mache ich mich zur Blume. Kannst du nicht mit dem Wasserschlauch? Oder? Was? Ist ja ein großer Wasserschlauch. So, ne, den konnte ich nicht nehmen, das ist nicht angezeigt. Kannst du nicht alles? Ja, muss man. Oh! Oh, du willst den Ball? Füsier doch halt mal was an, Mensch! Dann können wir uns rüber hangeln. Dann aber drüben nochmal so ein Kampf wahrscheinlich. Aber du kannst auch über den Wasserschlauch rutschen. Warte, mach erstmal hier vorne. Genau. So. Weißt du nicht, warum wir das machen müssen, vorne? Ne, dann haben wir hier ein Schlachtfeld. Keine Ahnung. Wahrscheinlich um die Bösen zu aktivieren. Oh. Okay. Oh, so ein Ding wieder. Boah, was ist das denn? Sonst hat man erst auch schon mal ein Siegeding. Ich hab' sich nicht erkannt. Warte. Warte, ich bin voll gar nicht zu schmeißen, jünger. So. Warte, du willst den Ball? So. Wie sag' ich nicht zu schmeißen, Jünger? Was ist das denn? So… Warte, du willst den Ball oder? Warte, du willst den Ball? Aber noch unten, das Große, ne? Die Frage ist aber, wollen wir das in der nächsten Folge aufmachen? Ja. Das machen wir in der nächsten Folge. Schöner Cliffhanger. Schöner Cliffhanger. Wir machen das in der nächsten Folge. Das ist eine gute Idee. Genau. YouTube, vielen Dank fürs Zuckuck. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann machen wir das Ding hier mal auf. Und dann, glaube ich, wird es nochmal einen richtigen Bossfight geben, oder? Ich glaube auch. Dann starten wir die nächste Folge mit einem Bossfight. Juhu. Also, bis dahin, YouTube. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.